Fein, machst du das? Fein. Genau, rein damit. Und was haben wir da? Was ist das Mana-Upgrade? Nicht wahr? Ich habe immer recht. Ja! Nö, bei mehr Gesundheit wäre ich das schon. Aua, Frames sind schlecht, Frames sind schlecht. Frames, ihr mögt mich nicht, gebt es zu. Äh, da rollt er sich wieder. Hui. Ruckel, ruckel, ruckel. Ich würde auch sagen, ruckel, ruckel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. durchbleiben. Gut, ich habe jetzt eine kleine Überlegung. Schnell, 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 schnell. Gut. Dann mal langblaue. Ich hoffe ihr könnt irgendwie... Ja, das müsste gehen. Das müsste gehen. Oder? Kommt ihr da hoch? Nein. Kommt ihr irgendwo anders hoch? Irgendwie müssen die doch hochkommen. Was? Oh nein. Hm, bleibt mal alle hier. Vielleicht kann ich da irgendwie lang. So ziemlich, ja, aber... Nein, aber nicht weiter. Hm. Hm. Grübe. Wie komme ich da hinten hin? Da kurz was testen? Nein. Aber vielleicht kann ich da... Hm. Aua. Ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel, ruckel. So. Mein Gott, nein. Keine schlechten Films, bitte. Sei lieb zu mir, PC. Sei brav, brav. Guter PC. Nein, nicht. Jetzt macht die Kamera auch noch nicht mehr mit. Nein, die kommt da auch nicht drüber. Ich hatte schon fast eine Idee. Irgendwie muss ich doch... Ruckel, 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 ruckel. Wow, warum habe ich so wenig Frames? Irgendwas stimmt da gerade nicht. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Ah, ihr habt's gehört, oder? Ihr habt's garantiert gehört. Das kann's vielleicht gewesen sein. Aber es ruckelt immer noch ein bisschen. Irgendwie müssen wir doch hier weiterkommen. Irgendwas hier. Nicht, dass ich was sehen würde. Der blaue, der rote. Wenn das das Zauberwort ist, dann verwirre ich es damit. Aber irgendwas muss ich hier auf jeden Fall tun. Und am Endeffekt ist es dann wieder nicht schwer. Aber was? Von da hinten komme ich doch, oder? Von der Richtung komme ich. Irgendwie muss ich da lang. Den Weg kann ich nicht nehmen. Hier gibt's auch nichts Besonderes. Hier kann ich auch nicht lang. Ich kann's höchstens nochmal versuchen. und laufen. Roll. Roll. Und laufen. Ich muss auf jeden Fall hier hin. Das ist schonmal klar. Aber was ich hier machen soll. Ist halt so eine Frage. Ach, ihr könnt das... Oh, ihr könnt das kaputt hauen. Die Schanze. Ja. Ja, okay. So einfach kann die Lösung doch sein. Und jetzt räumen wir zurück. Upsala. So. Dann können wir das Turmherz holen und seine kleinen, feurigen Freunde kontrollieren. Mit den Salamandern an unserer Seite sollten wir... So. Schluss aus vorbei. Ausgebrannt. Hm. Hm. Ja, ja. Genau. Sukobusvorfall. Das Köpfchen will irgendwie nicht loslassen, kann das sein? Ja. Bestimmt. Cool. Das ist mal cool. Ich hab Rede. Ich hab Rede. gut. Hätte gedacht, dass die Lösung doch so einfach ist. Na gut. Aber wie komm ich jetzt... Hm. Wohin muss ich jetzt mit dem Herz? Eh. Äh. Äh. Da hinten. Muss ich den Weg jetzt wieder zurücklaufen? Muss ich den Weg jetzt wieder zurücklaufen? Und was ist mit dem Weg da hinten? Da komm ich... Kann ich da nicht hin? Nein, komm ich nicht hin. Habe ich ja schon versucht. Gut. Dann laufen wir den Weg zurück. Was soll's? Ob's jetzt richtig ist oder nicht, ich kann am Ende immer noch sagen, ich hab's versucht. Bäh. Bäh. So. Hm. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Guter Anfang. Wir müssen jetzt bloß irgendwie... Verdammt stimmt. Geht das einfach so? Da rennen sie nicht hoch. Da oben entlang, da hinten durch und davor. Und es reicht nicht, wenn mein Oberlo drauf stehen muss. Bleibt mal hier stehen. Ich guck mal, ob ich das so machen kann. Nein. Also das heißt, ich kann hier gar nicht zurück. Die Perle ist mir auch gar nicht gefolgt. Ja, da vorne sind sie stehen geblieben. Aber wo muss ich hin? Jetzt kann ich zwar mal diese Schiene langlaufen, aber macht das einen Unterschied? Lass die Roten aufsteigen und die Salamander über die Rampe ausschwärmen. Ja, sag's doch gleich! Äh, wieso hab ich nur noch... Hm. Naja, egal. So, der Max ist wieder in der Haus und dann holen wir noch ein paar mehr Salamander. Ich finde die cool. Gut. Nachdem wir wieder das völlig Offensichtliche übersehen haben, reiten wir mit denen jetzt mal einmal außen rum. Okay. Ups, da. Na gut. Sehr schön. Verdammt! Sie brechen durch! Beeilung! Lasst sie nicht ins Heiligtum, Meister! Was jetzt? Bogen... Verarscht mich nicht! So können sie die Soldaten in Brand setzen, ohne selbst verletzt zu werden! Schöner Flammenangriff! Hehehehehehe! Oh oh, oh oh! Oh oh! Oh oh! Die Bogenschützen können ganz schön gut zielen, muss ich sagen. Noch ne Bombe. Habe ich das Herz noch dabei? Oder wo haben sie schon abgegeben? Nein, haben sie nicht. Verdammt! Aber ich habe Leben gefunden, das ist schon mal was Schönes. Gut, dann nehmt euch mal die Soldaten vor. Ihr könnt ja während des Reitens schießen, oder? Ja, genau. Das könnt ihr. Super! Sind ja schon fast wie berittene Bogenschützen. Ja gut. Das macht es nicht nur los. Et die Soldaten, die wir jetzt nicht verraten haben, Die Soldaten verraten! Die Soldaten werden vielleicht nicht nur noch nicht woher zum Jorge.